Still trying to fill your wallet. Go to StepX100. Best game modes. Complete lack of commissions. Instant payouts. Endless giveaways and freebies. Join the clans. Level up. Discover unique functions. Big winnings are waiting for you. StepX100. Burst in. Yo, wunderschönen Gutenberg, meine Freundin Fritzak. Frowny ist hier am Start und wir zacken einen ordentlich geilen CSGO-Checkport hier auf Easy Skins. Habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich drauf. Romo-Code wird unten eingeblendet auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nennen werde. Ich hoffe, ich kriege noch den Code Frowny. Ist aber noch nicht sicher. Deswegen auf jeden Fall einfach den Code eingeben, der unten steht. Dann kriegt ihr ein paar Gratispunkte. Aber auch nur, wenn ihr 18 seid. Das Video ist natürlich gesponsert. Und auch nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Wisst ihr alles aus den letzten Videos. Und wir getten uns jetzt hier erstmal Items. Wir haben hier 150 Dollar gesponsert bekommen. Absolut geile Sache. Und ich hole mir jetzt ein paar Items. Letztes Mal habe ich über 10 Dollar genommen. Den konnte ich in den kleinen Pot nicht rein. Deswegen nehmen wir heute mal ein bisschen gemischte Ware. Ist eigentlich egal. Kommt hier nur auf den Wert drauf an. Wir werden ja nachher hoffentlich sowieso gewinnen. Und da wird so oder so kleinen Scheiß dabei sein. Oder größerer Scheiß mit dabei sein. So, dann nehmen wir das hier noch. Das hier noch. Zack, dann haben wir schon mal 95 Dollar. Haben wir gekauft. Und jetzt haben wir hier direkt die Items, die wir setzen können. Wir wollen hier auch direkt den Early Ticket. Beziehungsweise das Early Ticket. Die letzten Pots sind es noch relativ klein gewesen. Hier gibt es manchmal auch so YouTuber Sessions. Habt ihr vielleicht zum Beispiel bei Giorgio im Video gesehen. Wenn der setzt, da sind ja da viele YouTuber. Und dann gehen hier riesen Amounts ab. Und bla bla bla. Bin ich so froh. Sagen wir es mal so. Wenn die Pots sind lieber 30, 40 Dollar haben. Statt 200, 300, 400, 500 oder 1000 Dollar sogar. Da komme ich mit meinen 150 Dollar nicht weit. Da könnte ich zwar einmal reinlacken. So wie ich dadurch schon mal reingelackt habe. Mit seinen 7%. Und einen 500 Dollar Pot gewinnen. Aber meistens verliere ich da natürlich. Wenn wir jetzt hier so 100 Dollar Potts hinkriegen. Das wäre für mich persönlich perfekt. Da hätte ich noch eine gute Chance zu gewinnen. So mit 12% oder so. Wäre natürlich absolut lecker. Aber dann hier solche Potts mit immer nur. Also das war beim ersten Easy Skins Video. Da habe ich ja wirklich Potts immer nur gespielt mit 2, 3, 4%. Weil die Potts einfach so extrem hoch waren. Da müssen wir gucken. Ihr fragt auch schon direkt einer. Ronny Bock auf den dicken Pot. Also dickere Potts wie 20 Dollar würde ich mir wünschen. Aber halt. Mach keinen Scheiß. Okay. Gewinnen wir. Haben wir natürlich auch über 50%. Ticket. Wäre aber knapp gewesen. Wären da noch mehr reingekommen. Hätten wir es verloren. Deswegen sind wir ganz froh. Lieber 20 Dollar gewinnen. Frag gar nichts. So komm. Er will mal einen dickeren Pot. Den hauen wir jetzt mal 22 Dollar rein. Mal gucken ob da noch ein paar mehr Leute dazukommen. Ob die denn Bock haben. Wir wollen wieder die Early Tickets. Diesmal war es jetzt ziemlich ein mittiges Ticket. Und ich habe nur gewonnen weil ich hohe Prozent hatte. Hier ein 40er Ticket. Sieht man hier auch alles schön. Müssen wir gucken. Und wir können natürlich nachher auch noch einen Coin Flip starten. 153? Ist das der der gefragt hat nach dem dicken Pot? Beans, Beans, Summer, Wunderbet 100, Dennis Pot. Boah. Ah doch das ist sogar er. Das ist sogar hier der Beans. Der hier einfach 130 Dollar reinputt. Das ist natürlich äh. Ja. Würde schmecken. Muss ich sagen. Ich hoffe da kommt noch jemand rein. Also jetzt 20 Dollar gegen 130. Also wenn er dann noch verliert. Wenn er dann noch verliert. Oh mein Gott. Der wird sich grauen. Der wird sich das grauen. So wird er sich ärgern. Komm. Wir haben übel wenig Prozent. Halt dein Maul. Halt. Halt. Nein. Oh mein Gott. Ey Digga. Oh mein Gott. Hätte er das gewonnen. Das wäre einfach zu krank gewesen. Aber gut. Ja. Haben wir nicht gewonnen. Ist auch egal. Macht nichts. Macht noch mal 18 Dollar rein. Kann auch hier mal in den kleinen Pot ein bisschen was reinmachen. Maximal 30. Okay. So klein ist das gar nicht. Können wir auch mal 14 Dollar reinschmeißen. Zack. Macht er 3 Dollar rein. Ritter. Spiels um. Super. Das habe ich für mal 80 Prozent. Aber was will ich mit 3 Dollar? Das Verlier ist natürlich das Risiko nicht wert. Da geht er halt einfach direkt. Okay. Hier sind 8 Sekunden. Da sind es noch 34. Deswegen gucken wir uns erst mal den Pot hier an. Hier geht es sogar mehr. Wir haben 34 Dollar. 34 Dollar Pot. Blau. Sehr köstlich. Wir haben relativ hohe Chance. Und das wird pink, oder? Ärgerlich. 15 Dollar verloren. Aber hier direkt die Eurolitik ist fit. Und hoffe auch wir gewinnen mal. Wir müssen noch mal gewinnen hier irgendwas Gutes. Ach man. Warum geht der jetzt mit 7 Items um sein 3 Dollar? Guckt euch den Müll an hier oben. Ja. Kommt nochmal einer dazu mit 50 Cent Items. Geil. Äh. Copy. Das natürlich. Na gut. Aber haben wir wenigstens super safe in der Tash. Aber hier geht irgendwie gefühlt mehr. Ja. Das gefällt mir ganz gut hier. Äh. Ne. 7 Items. 93 Cent. Ich glaube hier kann man alles gekoppelt auszahlen. Das ist schon mal ganz gut. Oh nein. Verlieren wir das? Das verlieren wir auch noch. Ey. Ne. Wir haben jetzt ja schon fast kein Guthaben mehr hier. Okay. Alle Tickets haben wir uns gesneakt. 18 Dollar. Wie viel hätte ich denn hier noch zum reinzahlen? Lass mal gucken. Könnte hier insgesamt noch setzen. Oha. Nur noch 30 Dollar. Jetzt muss ein Wind kommen. Schauen wir euch gleich mal einen Coinflip. Aber von ursprünglich 95. So. Komm. Bitte jetzt. Okay. Wenigstens haben wir den mal. Wenigstens mal wieder 15 Dollar plus. Das ist okay. Was für ein Ticket war es. Lohnt sich das noch ein Early? Ja. Da geht es nochmal. Gib nochmal ein Early Ticket. Da geht nochmal ein Early Ticket rein. Machen wir nochmal 22 Dollar rein. Oha. Hier ist 60 Dollar drin. Okay. Der Beans hat hier wahrscheinlich umgetauscht irgendwas. Da gehen wir auf jeden Fall dazu mit 29 Dollar. Müssen wir ja irgendwie gewinnen. Oh mein Gott. Das sind 30 Dollar. Ich weiß. 30 Dollar sind im Vergleich zu früher nicht viel. Aber wenn man nur ein Sponsoring von 150 kriegt. Inklusive Bezahlung und allem drum und dran. Dann sind 30. Äh. Was rede ich für ein Scheiß. 30 Dollar sind ein Haufen Kohle. Das muss man überlegen. Kann man einmal ordentlich essen gehen. 30 Dollar sind 30 Dollar. Für 60 Dollar kriegst du ein PS4 Game oder so. Wenn wir das gewinnen. Das wäre lecker. Das würde uns direkt wieder aus dem Minus raus katapultieren. Was? Der Rollt hier. Ich den gewonnen? Jawoll. Oder? 42 Dollar. Geil, geil, geil. Den haben wir gewonnen. Okay. Jetzt fahren wir hier bei dem Pot fit. Er geht zweimal rein. Was soll denn das? Wir machen hier ein Sandwich. Wir machen hier ein absolut kleines Sandwich. Sieht aus diesem Kaugummi. Ja, moin. Er hat auch den Traum. Einen Schlüssel. Oh, wäre das göttlich, wenn ich das gewinne. Guckt euch mal an, wie klein mein blaues Ding da ist. Den haben wir. Den haben wir. Den fucking haben wir. Geil. 160 Dollar. Der hat hier sogar noch so eine große Klappe gehabt. Es ist schon seit drei Jahren Videos immer noch nicht hochbetten. Ich habe früher mal, also um auf so einen Kommentar mal einzugehen. Früher habe ich mit, weiß ich nicht, 100, 200, 300, 400 Dollar gebettet. Da habe ich aber auch 600 pro Tag bekommen. Darf man nicht vergessen. 600 Dollar sponsert jeden Tag. Jetzt bekomme ich, weiß nicht, ab und zu mal 150. Schmeckt. Gott, haben wir jetzt fett plus. Okay, jetzt können wir hier noch ein bisschen Großzüger reingehen. Also, was heißt Großzüger reingehen? Das sind ja hier kleine items, aber die ballern wir mal rein. Warum kann ich jetzt nicht mehr der Plus halten? Okay, so, zack. Dann mal rein. Wir machen weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall plus. Wir haben 95 Dollar eingezahlt und haben schon alleine 120 hier. Och, komm, nein. Ach, rip. Das ist natürlich jetzt chaotisch. Was hast du? Ein 30er Ticket. Okay. Komm, wir gehen noch mal rein. Kleinskins verbetten wir noch. Die zwei Messer behalten wir auf jeden Fall. Der will jetzt einen fetten Coinflip machen. Ne, die Kleinskins, die setzen wir noch mal. Wir hoffen, dass wir noch mal gewinnen. Und wenn ich gehe mit den zwei Messern nach Hause und freue mich einen Keks. Ich wollte gerade sagen, hier, der hier mit der Brille kann ruhig mal ein bisschen mehr reinbuttern. Er hat das war gut von mir gewonnen. Aber die Pots gefällt mir so echt viel, viel besser, als wenn ich hier. Ey. Das geht doch nicht. Okay, man kann nicht immer gewinnen. Das ist klar. Aber, okay, zwei Pots können wir noch machen. Gefällt mir auf jeden Fall viel, viel besser, als wenn die Pots hier 200, 300 Dollar sind. Weil so kann ich mal reinlacken und auch relativ hochschwarzlich mal was gewinnen. Aber wir machen jetzt noch zwei Pots. Komm, wir machen jetzt noch zwei Pots. Und dann gehen wir nach Hause. Haben wir auf jeden Fall Profit mit dem seinen zwei Messern. Sorry, Homie, aber ich hätte den Pott gegönnt, aber mir gönne ich ihn einfach ein bisschen mehr. Das war eine ganz einfache Nummer. Ach Gott, ey, kann doch jetzt, er hier kann doch jetzt nicht mein Endgegner sein. Ich wollte gerade sagen, kann nicht sein, dass ich hier jeden Pock gegen ihn verliere. Okay, er ist direkt wieder drin hier. Wir haben gesagt, wir machen noch einen Pott. Da ballern wir jetzt das Maximum rein, 30 Dollar. Und dann gehen wir nach Hause. Let's support. Oh, der will es noch mal wissen. Der will es noch mal wissen, 30, 30. Äh, warum machen denn alle Sandwich mit mir? Komm, halt, 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 halt. Das sieht gut aus. Geil. Richtig, richtig geil. Können wir noch mal gucken, wie viel wir jetzt hier insgesamt haben. Deposite. Wir haben hier, wir lassen es uns so ausrechnen. Wir klicken einfach drauf. Jetzt bloß nicht verklicken und da auszusehen reingehen. 191 Dollar, 100 Dollar Profit gemacht. Besser geht's nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis Spider-Man. Und bis zum nächsten Video.